Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 4. Dezember. Heute dabei Pokémon Go, Spotify, iPhone-Abstürze und der Rootbug. Ja, ihr merkt schon, nicht viele Themen. Wir sind mitten im, ja Sommerloch ist es nicht, ich würde sagen im Weihnachtsloch. Denn nicht so viel ist passiert, zumindest an diesem Wochenende. Aber fangen wir an mit Pokémon Go und die setzen zukünftig auf Kartenmaterial von OpenStreetMap. Bislang wurden die Karten in Pokémon Go ja von Google mit Google Maps zur Verfügung gestellt und das hat sich jetzt halt geändert. Eventuell habt ihr das schon in euren Updates drin, denn die OpenStreetMaps werden peu a peu an verschiedenen Stellen der Welt in verschiedenen Updates eingepflegt. Und es ist keine große Überraschung, denn die Pokestops und die Arenen sind schon seit Januar auf Basis von OpenStreetMap eingepflegt. Und nun ist einfach die gesamte Sache ein bisschen runder. Ob es Vorder- oder Nachteile bringt, ich wage es zu bezweifeln. Ist halt nur die Karte, die drunter liegt. Im Ballungsgebieten wird es, glaube ich, eh kein Problem geben. In ländlichen Gebieten vielleicht eher. Naja, aber schauen wir mal. Spotify, die locken gerade wieder mit Jahresangeboten für Bestandskunden. Auch für Neukunden übrigens. Aber ich bin ja Bestandskunde. Ich hatte halt auch in meinem letzten, ja nicht Update, sondern bei meinem letzten Start von Spotify auch direkt das Angebot bekommen, ein Jahr für 99 Euro zu machen. Also Spotify Premium für 99 Euro. Normalerweise 9,99 Euro im Monat. Schnell mal im Kopf gerechnet. Das sind dann zwei Monate für lau. Ja, das ist ganz nett. Und das Gesamte wird einmalig bezahlt. Und nach den zwölf Monaten spielt man wieder halt den alten Status ein. Sprich, dann ist man auf einer monatlichen Basis. Tja, kann jeder entscheiden, ob er das machen möchte. Wenn es interessiert, ich habe es nicht gemacht. Ich zahle weiter monatlich und habe dann auch die Möglichkeit, auch mal auszusteigen. Und vielleicht mal einen anderen Streaming-Dienst einzusetzen. Ja, die letzten beiden Themen sind beide zum Thema Apple und eher mit nicht so guten Nachrichten. Denn am Samstag, also vor zwei Tagen, nachts, also von Freitag auf Samstag, sind auf einmal etliche iPhones abgestürzt und haben sich in eine Neustartsschleife verzwickt, verfangen. Oder wie man auch sagen möchte. Und ja, daran schuld war eine Kombination von dem Datum, also vom 2.12. und lokalen Benachrichtigungen. Ja, ganz komischer schräger Fehler. Und Apple hat direkt danach ein Update durchgejagt. Das konnte man sich dann installieren. Und danach war dann wieder alles gut. Aber ansonsten, ja, waren da einige Leute schon ganz schön überrascht, dass sowas passierte. Hätte nicht sein sollen. Ich selber bin verschont geblieben. So, toi, toi, toi. Aber von daher, ich empfehle trotz allem das Update aufs neueste iOS. Und das ist dann iOS 11.2. Tja, und wie gesagt, zwei Themen zu Apple. Und das andere Thema ist der Rootbug. Den hatten wir ja schon in der letzten Woche. Und der ist ja auch genug durchs Netz gegeistert. Und war schon eine ziemlich üble Sache. Und Apple hat ja schnell nachgezogen und einen Fix bereitgestellt. Aber jetzt kommt's. Ja, sie haben den Fix selber wieder ausgehebelt. Denn am 1. Dezember erschien ein Update für macOS. Was den Fix für den Rootbug wieder rausgenommen hat. Ganz schräge Kiste. Und auch nicht so ganz zu durchschauen, wie es denn funktioniert. Ob man hier wieder einspielen muss. Oder wenn man halt ein Update überspielt. Ob man neu starten muss zwischendrin. Wir haben in den Shownotes einen Link zu einem Artikel bei winfuture.de. Da ist es ein bisschen beschrieben. Und, ja, lest es euch mal durch. Und wenn ihr macOS nutzt, dann ist natürlich das Update empfohlen. Und zu Sicherheit nochmal den Security Fix dann drüber bügeln, wenn denn möglich. Ich werde das morgen auch mal machen. Ja, und das war's dann schon zum Start in die Woche. Wie gesagt, Weihnachtsloche. Es war wenig los. Aber vielleicht jetzt in dieser Woche an den normalen Arbeitstagen wieder ein paar mehr News. Ich würde mich freuen. Sowieso würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.